So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Es ist schon wieder 0.43 Uhr, wo ich das jetzt hier noch aufnehme, weil ich die ganze Zeit noch Perle gezockt habe. Und das Weihnachtsevent steht im Haus. Also was heißt im Haus? Es ist noch ein bisschen Zeit. Pokémon GO Feiertage 21. Pokémon GO Debüt von Arctip. Neue Kostüme, Avatarartikel und vieles mehr. Was auch noch Neues ist das Postkartenbuch. Aber dazu wird es natürlich ein extra Video geben. Ich gebe mir größte Mühe. Hier finde ich es schon mal total schön, dass sie das wirklich auf ihrer offiziellen Website so toll gestalten, so schön darüber bringen. Ihr habt hier auch wieder eingeteilt Teil 1 und Teil 2. Das Event wird insgesamt nämlich vom 16. bis 31. Dezember gehen. Schreibt euch das auf ins Handy rein, in euren Kalender rein. 16. bis 31. Wobei am 23. das nochmal gesplittet wird. Das heißt hier Teil 1 sieht man ja. 16. bis 23. Und am 23. bis 31. ist der zweite. Wenn ich jetzt hier drücke, komme ich sogar direkt zum zweiten Teil. Wenn ich hier drücke, komme ich direkt zum ersten Teil. Und wenn ich hier drücke, habe ich das Allgemeine. 16. bis 31. Schreibt euch auf. Zack. Hier. Neue Features. Postkartenbuch. Werde ich wie gesagt ein extra Video dazu machen. Und wir wollen gar nicht so lange rumschnacken. Das hier ist erstmal wurscht. Hier geht es weiter mit dem Hollywood Cup. Der Hollywood Cup findet statt. Wen das interessiert in der GBL, werdet ihr dann wieder hören. Gibt es ja immer extra Infos hier zur 10. Season der Go-Kampf-Liga. Ist das alles erwähnt worden. Aber die Event-Boni rund um das ganze Weihnachts-Event, wenn wir es so nennen wollen. Es gibt WP-Boost für Mega-Rex-Bläser. Ist das nicht herrlich, oder? Das wünschen wir uns doch. Team-Go-Rocket-Rübel setzen häufiger Wasser- und Eis-Pokémon ein. Werden wir also da besonders nette Sachen in Krypto vielleicht wiederbekommen, finden. Was mich ganz besonders freut. Bis zu 45 Geschenke pro Tag kann man öffnen. Bis zu 40 Geschenke im Beutel aufbewahren. Momentan kann man ja 20 aufbewahren. Das sind dann 40. Momentan kann man 30 öffnen. Das sind dann 45. Hätten sie halt machen können, man kann alle aufmachen. Das wäre doch cool. Und man kann unendlich viele verschicken. Das würde ich mir einfach mal wünschen. Kostümierte Pokémon. Hm. Ihr könnt festlich kostümierten Pokémon begegnen. Guckt euch das an. Manches ist neu, manches ist alt, manches kommt wieder, manches ist richtig brutal. Alles, was hier zu sehen ist, kann shiny sein. Mit Glück könnt ihr sogar einem schillernden Exemplar begegnen. Ihr habt hier das Weihnachts-Pikachu. Scheint einfach das zu sein, was es immer an Weihnachten gibt. Nichts Besonderes. Ihr habt das Weihnachts-Boto-Gel. Wieder mit diesem komischen, ja mit dieser Schleife oder was das ist da auf dem Kopf. Sieht richtig doof aus. Meiner Meinung nach ist aber dann auch wieder als shiny verfügbar, wer das verpasst hat. Das Weihnachts-Damierplex. Damierplex wurde ja eingeführt mit diesen Glöckchen um den Hals als shiny und konnte danach auch shiny sein. Nur halt ohne Glöckchen, finde ich cool. Wer das nicht bekommen hat, Weihnachts-Pets-Neve. Auch dasselbe. Diese komische Schleife an dem Kopf dran. Das also alte Sachen. Und jetzt neu. Was gibt es neue Shinies? Wir haben hier unten das Weihnachts-Glaziola. Glaziola gibt es ja schon als shiny. Jetzt habt ihr das also auch mit einem Kostüm. Was sehr interessant ist. Natürlich werden sich die Leute wieder die Finger danach schlecken, weil es das ja nur in diesem Event dann gibt. Danach ist das Kostüm halt weg. Und ein Weihnachts-Seemobs mit diesem Schal. Das Besondere wird wohl sein, dass es jetzt Weihnachts-Seemobs gibt. Man kann es bestimmt nicht entwickeln. Es geht nur um dieses eine, was shiny sein kann. Wenn das Event vorbei ist, ist das Kostüm weg. Aber Seemobs wird sicherlich weiterhin shiny verfügbar sein. Und dann, wenn ihr Seemobs ohne Kostüm fangt, könntet ihr auch entwickeln. Und habt dann eben auch Seeyong und Walreiser als shiny Pokémon neu dabei. War bisher immer so. Würde mich wundern, wenn sie das anders machen. Ich freue mich also besonders auf das Weihnachts-Seemobs und das Weihnachts-Glaziola. Was fehlt euch hier noch an shinies? Schreibt es mal rein. Dann hier natürlich neue Avatar-Artikel, Sticker und Boxen. Ab Mittwoch, dem 15. Dezember, gibt es im Shop eine festliche Mütze, eine festliche Jacke. Und festliche Shorts. Okay, okay, okay. Ihr erhaltet festliche Sticker. Wenn ihr Pokestops dreht oder Geschenke öffnet. Auch im Shop sind diese Sticker erhältlich. Also die Sticker sind auf jeden Fall, das braucht man unbedingt. Im Shop gibt es dann wieder besondere Boxen. Die Spezialbox, die Hyperbox und die Abenteuerbox. Wer gerne brütet, gönnt sich die Abenteuerbox. Wer gerne raidet, kann vielleicht bei der Hyperbox mal zugreifen. Sind diesmal 18 Raid-Pässe drin. Bei 20 hätte ich direkt gesagt zugreifen. Bei 18 weiß ich es gerade nicht. Bei 16 kann man die Finger davon lassen. 18 vielleicht ist das gerade, hält sich die Waage. Müsst ihr wissen, ob ihr da Boxen euch holt oder nicht. Diese schönen Kostüme sind ja nicht herrlich. Was sagt ihr dazu? Jetzt aber direkt Teil 1. Teil 1 vom Donnerstag. Der 16. Ja, haben wir schon gesagt. Der 16. 10 Uhr. Frühs geht es direkt gleich los. Bis 23. Abends um 20 Uhr. Wilde Pokémon. Das Pikachu. Quiekel. Damierplex. Botogil. Schnäppke. Seemobs. Schnebedeck. Gelantini. Petsneef. Mit etwas Glück auch Alola Sandan und Frigometri. Ähm. Quiekel. Seaday Pokémon. Jetzt für XL Bonbons auf jeden Fall eine feine Sache. Quiekel hatte erst seinen Rauchtag. Aber da konnte man einfach nicht genügend XL Bonbons farmen. Macht man natürlich weiter. Schnäppke. Wer da noch ein schönes Shiny braucht, sieht richtig gut aus. Schnebedeck. Gelatini. Gelatini. Nicht Shiny. Aber ist trotzdem ein cooles Pokémon, was gut dazu passt. Vielleicht haben das einige verpasst. Gab es letztes Jahr. Zu der Zeit gibt es es jetzt auch wieder. Genau wie Frigometri. Also hier diese Schneeflocke. Also diese Eisflocke. Diese Eiskristall. Auch theoretisch sehr selten. Ich finde am interessantesten also Quiekel. Wegen den XL. Und dann halt Seemobs. Wie man sieht, wird es wohl keine Weihnachtsklation. Alola geben in der Wildnis. Die muss man wohl raiden. Da kommen Raids für Zuschauer wieder ins Spiel. Meine kleinen Accounts kommen wieder ins Spiel. Das werde ich hier wild suchen. Und das andere werde ich wieder raiden. Raid Kämpfe. Da sind wir nämlich. Ihr könnt diese Pokémon hier. Pikachu, Alola, Sander, Quiegel, Petsneef, Seemobs. Alle aus den Einer Raids bekommen. Ist an sich aber unnötig. Weil das meiste sitzt ja eh wild rum. Ja. Braucht ihr eigentlich keine Einer Raids machen. Raid Kämpfe der Stufe 3. Brutogel, Darmierplex, Austaus. Würde ich auch komplett meiden. Weil das ja alles wild sein kann. Außer das Austaus. Aber das braucht eigentlich auch keiner. Aber Weihnachtsklaziola hier in den Raids. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Gleichzeitig ist ja Kyurem dann drin. Megastalos ist immer noch drin. Das passt also. Pokémon bei Feldforschungsaufgaben sind fast die gleichen. Außer dass Alola Wulpix noch dazukommt. Ansonsten habt ihr auch die üblichen Verdächtigen hier. Auch Shiny auch mit Kostümen. Auch Frigometrie mit dabei. Dann der Community Day am 18. und 19. Ist ja der Best of vom ganzen Jahr. Das wirft alles noch mehr über den Haufen. Trotzdem ist das schon Teil 1. Für mich also Glaciola Raids ganz wichtig. Und das Weihnachtsseemobs fangen in Shiny. Plus Quiegelbonbons farmen. Mehr ist es nicht. Ist überschaulich momentan. Zweiter Teil. Donnerstag, 23. Dezember, 10 Uhr. Bis Freitag, der 31. Dezember, 20 Uhr. Gibt es neue Pokémon. Arctip und Arctilas erscheinen zum ersten Mal in Pokémon Go. Das ist Ditte und Ditte. Die zwei erscheinen da. Ein Geschenk für den ersten Pokestop des Tages. Während Teil 2 des Events erhaltet ihr täglich eine Brutmaschine. Wenn ihr den ersten Pokestop des Tages dreht. Ist nett. Haben sie ja sonst auch so gemacht. Finde ich auf jeden Fall richtig genial. Kann man sie nicht beschweren. Mehr befristete Forschungen. Oh mein Gott. Da steht was von Galapandimos. In Teil 2 des Events haben wir zwei befristete Forschungen für euch. Bei denen sich alles um Freundschaft und das Fangen von Pokémon dreht. Für den Abschluss dieser Forschungen warten euch tolle Überraschungen und Belohnungen. Das Beste. Bei beiden Forschungen begegnet ihr einem Galapandimos. Es gab halt so Leute, die haben sich damals das Ticket gekauft. So wie ich. Und alle haben gesagt, ich warte bis das Ding mal so rauskommt. Jetzt Galapandimos. Also dann für jeden erhältlich. Wohl über diese Forschungen. Gönnt euch. Habt ihr schon ein Galapandimos? Schreibt es mal rein. Ja oder nein. Mini-Event Winterwunderland. Jetzt wird es ja noch komplizierter. Von Samstag den 25. Also mitten im Teil 2 bis Sonnag den 26. Also das ist wirklich am Wochenende nur. Findet ein spezielles Mini-Event statt. Die genannten Boni gelten während des gesamten Zeitraums. Sammler. Herausforderung nochmal zusätzlich hier. Rund um das Tauschen mit Freunden wird sich das drehen. Folgende Pokémon müssen getauscht werden, um die Herausforderungen zu meistern. Dann Quiegel, Schnee, Schnäppke, Seemobs, Schneebedeck, Gelatini, Petzni. Schließt die Herausforderung ab, um einem Galapandimos zu begegnen. Achso. Ja. Das gehört auch da dazu. Bonus für die Winterwunderland-Herausforderung. Ihr könnt über die Entfernung von bis zu 40 Kilometer mit anderen Trainern tauschen. Also es wird diese Sammler-Herausforderung geben, wo ihr tauschen müsst diesmal mit Freunden. Habt dafür aber wieder 40 Kilometer Tausch-Reichweite. Pokémon bei Feldforschungsaufgaben. Für die Dauer des Mini-Events gibt es zusätzliche Feldforschungsaufgaben, für die ihr die folgenden Belohnungen erhaltet. Weihnachts-Bodo-Gel. Aber generell im zweiten Teil, vom 23. bis 31. habt ihr diese wilden Pokémon, wo ich im ersten Moment irgendwie gar keinen Unterschied sehe zu oben. Also es ist alles wieder hier dabei, was oben dabei ist. Gleichzeitig aber begegnet ihr mit Glück Arctip in der Wildnis und Alola-Wulpix, während vorher Alola-Sandern da dabei waren. Sonsten müssten es trotzdem eigentlich fast die gleichen Pokémon sein. Für mich also wieder interessant Seemobs und Quiekel. Ja gut, und Arctip jetzt, weil es neu ist. Raid-Kämpfe. Da hat sich auch nicht viel getan. Ihr habt das Galaflampion hier mit drin. Sollte eigentlich jetzt schon jeder haben, war oft genug da. Ihr habt weiterhin auch in der zweiten Woche dann das Weihnachts-Glaziola hier in den Raid-Kämpfen. Aber das Darm-Hier-Plex taucht in den Raid-Kämpfen auf. Obwohl es auch wild rumsitzt. Verstehe ich nicht. Wieso machen die immer so komische Faxen? Egal. Auch in der zweiten Woche für mich eigentlich in Raids nur Stufe 3. Das Glaciola interessant. Vielleicht auch für euch, wer da das Shiny-Weihnachts-Glaziola haben möchte. Dann Kyurem weiter im Fünfer-Raid und Mega-Stalus ist weg. Mega-Rex-Blissar übernimmt ab dem 23. So. Eier. Eier gibt es also auch. Sehr schön. Quiegel, Petzniv, Kusilla, Galaflambion, Arctip, Frigometri. Braucht man jetzt nicht Arctip unbedingt aus dem Ei brüten, wenn man es ja hier auch wild theoretisch fangen kann. Obwohl das wohl seltener sein muss. Feldforschungsaufgaben sind auch nochmal da. Jetzt auch wieder mit Alola-Sandern drin. Der Rest bleibt im Prinzip so und selten Galaflambion. Dann ist das ganze Ding eigentlich schon zu Ende. Ich muss also sagen, es ist recht übersichtlich gehalten. Also eine Sammler-Herausforderung mit ein bisschen tauschen. Okay, das ist kein Problem. Galapandimos. Was viele freuen wird. Dann wirklich Quiegel-Bonbons sammeln. Neues Pokémon kommt rein. Was viele freuen wird. Zwei neue Shinies mit dem Weihnachts-C-Mobs und mit dem Weihnachts-Glaziola. Das Wild aus Eiern, aus Aufgaben, aus allem möglichen. Und das Glaziola wirklich aus Raids. Da werde ich wieder mit den kleinen Accounts raiden. Wenn ich es habe, mir es rüber tauschen. Für euch dann vielleicht wieder Weihnachts-Glaziola-Raids anbieten. Wird auf jeden Fall gut dazu passen. Ansonsten sehr überschaubar. Nichts Brutales dabei. Aber muss reichen. Es soll ja auch noch Zeit sein, wirklich das Weihnachtsfest zu genießen. Oder eine besinnliche Zeit zu haben. Und wegen diesem komischen Postkartenbuch hier. Werde ich nochmal ein extra Video machen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Schreibt mal rein, wie ist eure Meinung dazu. Auf was freut ihr euch beim Weihnachts-Event am meisten. Vielleicht auch über die 40 Tauschkilometer dann im zweiten Teil. Ansonsten, Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und die zusätzliche Brutmaschine beim Drehen vom Stopp. Aber auch erst im zweiten Teil. Ciao.